hallo und willkommen zurück bei kingdom come deliverance mitten in der nacht in saasau mit fackel in der hand und im tiefsten regen ja begeben uns jetzt erstmal zum gasthaus übernachten dort wo ist denn pebbles ach dort oder oder warte mal hatten wir noch was vor ne wir waren schon bei otto also ich habe da zumindest nichts ist nämlich zwei tage her die letzte aufnahme deswegen muss ich gerade kurz wieder reinkommen ich habe gerade schon mal durch die quest geschaut wir können eigentlich zum lager zurück aber bei meister otto doch da sind wir schon eingestiegen aber ich hatte nichts gefunden wegen dem letzten bruchstück meine ich jetzt okay so wärmt theoretisch haben wir alles beschafft wir brauchen noch 200 fleisch und irgendwie 31 tränke das ist wieder bei nacht hier eine qual in saasau und die tränke da müssten wir uns noch mal kümmern leider ist bruder nikodemus der hier die tränke gebraut hat im kloster mit dem wir uns gut verstanden haben der ist ja schon auf den weg nach thalemberg immerhin aber bei dem kann ich jetzt leider keine tränke mehr kaufen und es fehlt jetzt auch nicht mehr so viel bis wir stufe 10 erreicht haben bei alchemie dass wir dann eventuell die einfach selber ganz ganz schnell brauen könnten ja schauen wir mal wir gehen jetzt erstmal hier hinlegen und dann ach so es ist schon nachts um vier dann heinrich mal wenigstens vier stündchen bis zum 8 sattheit da hat aber jemand hunger könnt ihr mit leermagen einschlafen also ich mich auf keinen fall und klein auf heinrich ja wir haben reparieren verbessert das regnet immer noch nicht hoffen wir dass im laufe des tages einfach nachlässt so heinrich die fackel kannst du aus der hand nehmen ach so wir haben noch unsere wir haben noch unsere mönchskutte an ja so die kleine hirps botschaft die uns jetzt langsam alle erreicht haben dürfte ist dass das spiel der zweite teil auf nächstes jahr verschoben wurde ich glaube jetzt im februar also ein paar wenige monate ja mein gott ist so haben sie sich noch zeit genommen sonst noch ein bisschen optimieren oder was auch immer finde ich vollkommen in ordnung haben wir selber noch ein bisschen länger zeit und so ist es so also er hier ist leider nicht mehr da weil ich würde jetzt noch mal bei den alchemisten bei den kräuterweibern anhalten um den einen trank nochmal ach ja zu kaufen ich muss wirklich sagen die wege wie die hier bei und umsaison gebaut sind sind echt scheiße ratei ist gar nichts egal alles cool aber hier teilweise ist irgendwie nicht ganz so intuitiv ich als gelernter straßenbauer im mittelalter ach verdammt ich könnte haben vertragen ja heinrich da muss doch gerade auf weg hier schön den kranken das futter weg essen genau der ist jetzt echt nicht mehr da ja shit ja das ding ist es fehlt jetzt wirklich nicht viel ne alchemie stufe 10 können ja mal gucken wir brauchen wo ist er denn nein nein halt doch der hahnenschrei trank ist es einmal baldrian zweimal münze 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 schön zwei münzen sorgt auf jeden fall für gut für verstopfung so also alkohol minze zerkleinern Alkohol minze zerkleinern dann einmal kochen baldrian rein und zweimal kochen und und destillieren ok stöße 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 ja reiner mit und einmal am hebel ziehen ich habe schon falsch gemacht zweimal münze ach komm leck mich doch am arsch scheiß scheiß alchemie mistenspiel ach kacke scheiße direkt verkackt das habe ich jetzt habe ich gar keinen bock mehr drauf das hat es mir alles egal jetzt jetzt das war jetzt der auslöser jetzt meist nicht mehr ist mir egal wenn wir irgendwie auf alchemie 10 kommen und wir können den skill dass der automatisch die tränke endlich zusammenbrot machen dann gerne so da oben ist noch mal ein kräuter kunter kann man da noch mal ein paar tränke ran ich weiß natürlich mein eigener fehler meine eigene dummheit aber ich will nicht mehr so genial wie das hier eigentlich ist aber es gibt mir so gegen strich weil das das ist eigentlich auch nicht aufwendig oder so aber ich weiß nicht irgendwie irgendwie ich kann es nicht mehr sehen das alchemie spiel ich hoffe dass das mit dem mit dem mini spiel für das schmieden im zweiten teil ein bisschen cooler ist Es ist natürlich immer erst mal cool wenn man das die ersten male macht und erst mal gucken wie es überhaupt funktioniert und so aber auf dauer mal schauen ob es überhaupt gebraucht wird weil oft ist es ja so dass wenn du in spielen irgendwas selber herstellen kannst das natürlich eine ganz feine sache ist aber Im endeffekt entweder findet man irgendwo bessere sachen oder kauft einfach irgendwo bessere sachen Ach hier waren wir noch gar nicht da war ich wohl auch bei dem kräuter weibchen noch nicht Das kann sein Wo ist sie denn hier Vielleicht kann sie uns ja noch mal ein kleines bisschen was beibringen über alchemie oder hat vielleicht noch mal ein buch oder sowas Ja wobei Ja wobei Doch können wir doch hier waren wir schon mal Der kräutergarten war mir noch unbekannt So Hahnenschreitränke Drei stück hat die leider nur Oh Strauch Diebtrunk nehmen wir mit Danke So nur noch 28 Hahnenschreitränke Ganz 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 große klasse So ich weiß halt nicht inwiefern die Alchemisten ihre Sachen wieder aufgefüllt bekommen Ob das auch jeden Tag ist Ja was heißt auch Also ob das bloß alle drei vier Tage ist wie bei den Schmieden und so Oder ob das jeden Tag bei den Alchemisten wenigstens ist Denn so viel Auswahl haben wir nicht Hat denn von euch einer tatsächlich die ganzen Tränke selber gebraut Die für die Quests zuständig sind meine ich die 60 Stück Manuell Glaube ich nicht Also ich glaube nicht dass das einer Entweder habt ihr gekauft oder habt euch gedacht Ach dann scheiß drauf Scheiß auf die 60 Tränke Ja das Fleisch müssten wir eigentlich rankriegen Entweder ich gehe schnell selber ein bisschen was jagen Guck mal hier oben gibt es Wildschweingebiet Lassen wir ins Wildschweingebiet Jagdgebiet gehen Dann holen wir uns ein zwei Wildschweine Komm schon Heinrich Ja perfekt Und dann haben die wenigstens ihr Fleisch Ich denke so ein bisschen Zeit haben wir auch noch oder Ich vermute wenn Wenn der Konrad Kieser Der ist ja jetzt dann auch da Dass das noch nicht direkt los geht Wenn wir mit Meister Pfeffer sollen wir ja jetzt reden Dass das mit dem Kieser geklappt hat Und dass der Tribok dann nicht sofort von jetzt auf gleich da steht Sondern wir vielleicht dann doch noch mal so ein paar andere Sachen benötigen Und dass ich vielleicht auch noch Zeit habe Dann nochmal zwischendrin die Tränke nachzuholen Weil jetzt nochmal alles abklappern wegen der Tränke Nur wegen der Tränke Wenn die das jeden Tag aufstocken würden Würde es vielleicht sogar reichen Aber da habe ich jetzt auch nicht so die Lust zu Muss ich ehrlich sagen Und wenn dann nachher halt irgendwie Weiß ich nicht Nicht alle Leute am Kampf teilnehmen Oder was auch immer Wir haben ja Heinrich dabei Ich meine was soll da schief gehen Da können die anderen ruhig am Mittagsschläfchen halten Wenn die nicht wach bleiben können Ist doch gar kein Problem Ja dann holen uns ein zwei Wildschweine Pebbles hast du noch Platz eigentlich Ja perfekt Wir hatten ja Pebbles erst entleert Entschuldigung Ei 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 Hätte hier fast wieder ein Eimer aus der Hand geritten Komm ich hier durch Nicht ganz aber drüber Er müsste gleich Davon ist es genau Das Wildschweinjagdgebiet kommt Ich hoffe der akzeptiert das dann auch als Fleisch Dass der nicht irgendwie Ach hier ist nochmal Hirsche Dass er irgendwie wirklich nur Zeug vom Fleisch haben will Das denke ich jetzt nicht Also ich hoffe rohes Fleisch reicht dem auch locker Egal ich würde jetzt auch Rehe oder sowas mitnehmen Oder für mich ist auch zehn Hasen Heinrich ist natürlich auf sehr leisen Sohlen Zum ersten Mal beim Jagen unterwegs Aber auch nur weil er bisher zu faul war Seine Rüstung wieder anzuziehen Ist gar nicht Ah ja ich weiß gar nicht Ob ich Köter mitgenommen hatte Deswegen habe ich ihn jetzt mal geholt Der Heinrich der tippelt immer so wenn er einen Bogen in der Hand hat Das habe ich schon ein paar Mal angemerkt aber Das ist irgendwie ganz merkwürdig So Eigentlich wollte ich gerade sagen müsste ich doch nur warten Bis mir das Spiel hier irgendwo ein paar Wildschweine hinspawnt und dann ist gut Ach da unten ist er Zwei Zwei Ah doch hier vorne liegt es Ja 175 Ja passt perfekt Ja Astrei zwei Schweinchen dann ist gut Ach komm So Pebbles du müsstest mir mal wieder was abnehmen Ist das okay Wenn ich dir 300 Kilo Fleisch gebe Ja Okay Wer wird es kein gar nicht so viel tragen das habe ich mir fast gedacht Bisschen weniger Nimmst du mich noch mit Ja passt wunderbar Okay super Dann können wir direkt hier rüber Dem Quartiermeister sagen Dass jemand das Pech abholen soll Und dann den Rest da vor Ort machen Ja Ja entweder Ja gut Ich habe zwar schon einige Tränke gekauft Aber Wenn das dann jetzt gleich vorbei sein sollte mit den Tränken Ja gut dann ist es halt so Ja So Wenn wir aber noch ein bisschen länger Zeit haben sollten Dann gucke ich mich natürlich Je nachdem wo wir noch so hin sollen Nochmal um Ob wir die vielleicht dann doch noch Oh Zusammen gekratzt bekommen Aha Kennen wir das hier schon Wir haben sowas schon ein paar mal gesehen Aber auch das hier Ne Das hier noch nicht Okay Na das ist ja interessant Wen haben wir denn hier Sind das Feinde Oh Moment Falls das Feinde sind Dann doch lieber nochmal vorher umziehen Ne Nicht Vitos Kuras Der ist auch nicht schlecht Freund oder Feind Oh ist ein Wächter Ach warte mal Ist das schon das Lager mit vom Ja Huch Das gehört schon Zu Zu Dibisch Leuten Müssten das so ein kleines Außenlager hier So zum Vorposten oder was auch immer sein So da können wir auf jeden Fall nicht runter Da nehmen wir jetzt einfach hier Den Weg Und geben den ganzen Leuten da unten Bescheid Dass das meiste zumindest abgeschlossen ist Ja ich dachte hier wäre nochmal ein Banditenlager Und da sind doch wieder welche gekommen Aber stimmt Wir haben diese Wappenröcke hier tragen Das sah schon eher nicht nach Bandit aus Ach waren das schöne Zeiten Immer mal ein Bandit Und ein Kuman Ohr Och wie herrlich Teresa erzählt heute noch von ihrem Kuman Ohr Ohr Ring Ich bin schon sehr gespannt Wie die Rückeroberung von Talenberg dann ablaufen wird Können wir Herren Stefanie befreien Können wir Papa befreien So Pebbles ich brauche das Fleisch wieder Na komm Egal erstmal alles rüber Den Rest kriegt Pebbles nachher wieder Vielleicht kann ich auch mehr abgeben Aber ich glaube nicht Hallo Es ehrt mich dass du zu mir kommst Ich habe hier etwas Fleisch Leg es dorthin Gut Hier ist es Hat eh nur 200 genommen aber Gut Geht schneller Falls es wirklich dazu kommt Dass wir die Mauern stürmen müssen Dann wenigstens mit vollem Bauch Ach Und hier etwas für deine Mühen 375 Groschengrads glaube ich gerade Die Köhler in der Nähe haben Pechvorräte Und geben sie uns ab Herr Robert wird erfreut sein Das bisschen das wir noch übrig hatten Ging aus Und er machte sich Sorgen Dazu besteht kein Grund mehr Gut Ich teile jemanden ein Der sich drum kümmert Ich konnte etwas Bier Von der örtlichen Schenke besorgen Du Gold Junge Du musst ein gutes Wort für dich einlegen So gut wie du dich um uns kümmerst Wie um die Familie Gott behüte dich Familie Ja schön Sehr gut Und Achso ja wegen der letzten beiden Folgen Sorry da habt ihr mir mitgeteilt Dass da Doch immer mal so ein Heil von den Stimmen Aus dem Spiel zu hören war Da hatte ich wieder über Boxen aufgenommen Weil ich Das ist so heiß in der Bude Das ist einfach ätzend Da Kopfhörer zu tragen Gerade wenn die komplett Die Ohrmuscheln Äh die Ohren bedecken Äh ja Ne jetzt Ich hab Das sollte jetzt heute nicht mal passieren Ich hab wieder Kopfhörer auf Und Kommt dann hoffentlich kein Hall rüber Ja das so Ich hab gedacht Das ist vielleicht auch durch Nvidia Broadcast Was hier alles andere Komplett So gut rausfiltert Aber stimmen natürlich Dann doch nicht Was ja auch sinnvoll ist So Okay Ja dann Ja Meister Phafer Quatsch schon mal jetzt mit dem Ich weiß jetzt auch nicht Ich wer da was zum munter machen brauchte Das gehörte zu der großen ganzen Quest dazu Eines der optionalen Sachen war das Ja wie gesagt Wenn das jetzt nicht ist Dann ist okay 60 Tränke Finde ich euch ganz schön happig Muss ich sagen Ja Dann haben wir mal welche auf Vorrat selber Oh Oh schön Auch herrlich Ein gut gewähltes Plätzchen Ihr möchtet das Tor angreifen Richtig Genau Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig Das ist verständlich Toss hat sich also dort verschanzt Auch richtig Ja genau Meister Konrad Wie ich hörte habt ihr noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen Ach nicht wirklich Mit dem bin ich fertig Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen Zog Sigismund Tossrat meinem vor Und wir wissen alle wie das endete Ach herr Wie endet es denn? Schlecht mein Herr Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende Sigismund floh um sein Leben Und ja zugegeben ich ebenso Ich kann dir versichern wir werden hier nicht denselben Fehler machen Wir haben nicht vor sie auszuhungern damit sie aufgeben Wir wollen das Tor niederreißen Ich stehe euch zu Diensten meine Herren Wir bauen so schnell wir können Der Tribok sollte schon in ein paar Tagen fertig sein Und ich könnte Rockettas zur Verfügung stellen Um die Feinde von den Zinnen zu fegen Rockettas? Ich glaube ich habe dieses Wort noch nie gehört Rockettas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite Um sie zu entzünden Sie fliegen auf den Feind zu wie in etwa bei einer normalen Kanone Nur ohne die Steine Absolut effektiv meine Herren Ich verstehe Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanonen In der Tat Das hätte mir klar sein sollen Aber ich bin ein großer Freund der Rockettas Und male mir oft aus was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können Ich verstehe schon Der Heinrich dahin Wir befinden uns hier in einer gewöhnlichen Situation Die auch einer gewöhnlichen Lösung bedarf Ich hoffe noch immer dass Toss zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt Ich denke das wird der Herr Spätestens dann wenn er unseren mächtigen Triebock vor seiner Nase sieht Da steht hier mit auf Rockettas Das Wort habe ich auch noch nie gehört Sind das so die ersten Feuerwaffen gewesen oder was Das gibt es ja auch im zweiten Teil Soll es denn ja auch so kleine leichte Schusswaffen schon irgendwie geben So Meister Pfeffer Sei gegrüßt Wieso bist du hier Ich konnte mich mit Konrad einigen Er ist bereits hier Du würdest nicht glauben wie klug der Kerl ist Jetzt bauen wir diesen Triebock Das garantiere ich dir Die Vorlosungen auf der Hut Ja das war die Oh da hinten wird gekämpft Seht ihr das? Warum? Töte Pächer Töte Pächer Oder wie der hieß der jetzt Oh tausend Groschen Hey das ist Truhenschlüssel Den die gerade hinten da erledigt haben Der hat den doch Ey warte mal Was ist denn hier los? Der hat den doch verfolgt Den Den Konrad Ja der wollte den doch was Das nehmen wir mit Das gehört jetzt uns Der hat ja mal richtig gutes Zeug an So den Rest kannst du behalten Achso noch was Wer keine Miete zahlt Fliegt raus So Raus aus dem Lager Der wollte den doch Das war der den wir War doch der den wir Vor der In der Nacht Aufgelauert hatten Gestern noch Und Der ja bloß meinte Nee nee Hier geht es um Salz Wegen dem anderen Und so So wo hat er denn Seine Truhe Der Pfeffer Pfeffer wo hast du Deine Truhe Was weiß ich doch nicht Wo der Pfeffer hier pennt Pfeffer Lebe wohl Würde ich gleich fragen Der muss doch hier irgendwo Eines der Zelte Muss doch ihm gehören Nee Nee Keine Truhe Ach Oder ist es der Truhenschlüssel Bei ihm zu Hause Ach nee Aufschließen Oh Italienische Beckenhaube Ist die besser Nee Ist sie nicht Schade Na gut So Jetzt kann ich wieder Beruhigt mit ihm reden Haben wir doch noch Seine Truhe gefunden Achso Hat Heinrich noch Hunger Der war doch eigentlich Ziemlich Ja Doch Können wir direkt Noch mal was essen Der war ziemlich Ausgedürrt Meister Pfeffer Wie läuft es mit dem Bau Des Treebox Nun da mir Meister Kieser Hilft viel besser Um die Wahrheit zu sagen Ist es eher so Dass ich ihm helfe Ich mache mir Notizen Und lerne Nächstes Mal bist du Der Meister Konstrukteur Lieber wäre mir Es gäbe kein nächstes Mal Wie läuft die Arbeit Mit Meister Kieser Ausgezeichnet Sein Wissen über Konstruktionen Und Mechanik Ist erstaunlich Er ist wahrlich begabt Also hast du keine Zweifel Am Nutzen des Treebox Nicht dem geringsten Es ist offenkundig Dass Meister Kieser Genau weiß Was er tut Wie lange glaubst du Wird es noch dauern Ich wage es nicht zu schätzen Das Grundgerüst Ist wohl einfach Und schnell gebaut Die anderen Sachen Sind komplizierter Dann wären da noch Das Auswuchten Die Flugbahn Die Reichweite Verstanden Ich hoffe er ist Bald fertig Ich ebenso Heinrich Dann viel Glück Ich würde gerne sehen Wo das Teil gebaut wird Jetzt bauen die schon In der Nähe Hier direkt irgendwo Oder Jetzt gar keine Quest mehr Achso Warte bis der Treebox Fertig ist So lange Könnten wir jetzt Tatsächlich die Tränke Noch beschaffen Okay wir müssen Einfach warten Ah ja gut Gut Tja Ach die Tränke Hier oben Hier Da kann ich nochmal gucken Ob bei ihr Schon wieder Tränke Da sind Ja ich hoffe Ich kriege Bescheid Wegen dem Treebox Ich weiß jetzt nicht Wo der hier gebaut wird Ich sehe Meister Kieser Auch nicht Na komm Wir gucken mal Zum Kräuterweib Oh Pebbles Dieses Festhängen Ich habe nichts dagegen Dass man immer mal Irgendwo dagegen reitet Oder so Na es ist ja Eine eigene Schuld Wenn ich so quer Durchs Gebüsch renne Aber manchmal Da zackt er sich Trotzdem so ein bisschen Komisch fest Da wünsche ich mir Dass da irgendwas Einprogrammiert wäre Dass er dann doch Einfach vorbeiflütscht Und ich mir denke Ja gut Es sah jetzt vielleicht Nicht so elegant aus Aber es ist Vom spielerischen her Fühlt sich dann vielleicht Doch ein bisschen besser an Oder so Hallo Sei gegrüßt Ich brauche Tränke Oh Sechs Stück Hat sie wieder Ach Mist Sie hat leider Hatte ich den jetzt schon gekauft Den Strauchdiebtrunk Kann ich den jetzt schon Oder Weiß ich hatte neulich Rezepte gekauft Aber ich weiß nicht mal Ob der Strauchdiebtrunk Auch dabei ist Nö 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 Jo Hammer Stimmt Das war das mit dem Spinnennetz So Bloß weg hier Ich will von dem Ding Nix mehr wissen Ok Also sie hat er jetzt Nochmal ein paar Für uns Immerhin Ja 22 fehlen halt noch Ey wir könnten Wir sind doch eigentlich Fast so gut wie zu Hause Komm Wir reiten mal nach Hause Und gucken mal Was wir da so an Streit Schlichten können Ah Liegt wieder was im Weg Ja Mal gucken Stimmt Matthäus und Fritz Oder wie die beiden hier heißen Können wir gut vorstellen Dass die sich irgendwie Mit irgendjemandem in die Haare kriegen Und halt auch nur Mist bauen Und der Schmied ist ja auch gekommen Aus Sasa Sein Sohn hat das jetzt dort übernommen Und er Ging dann direkt zu uns nach Hause Das klingt einfach auch schon Wie so ein Kuhort Ja ein Kuhort Haben wir überhaupt Tiere? Ich glaube wir hatten Kühe sogar Der Weg doch weiter Als ich da dachte Ich dachte wir waren direkt um die Ecke Sind wir eigentlich auch Bin schon deutlich länger hierher geritten Von Rattei aus Oder so Ja Da ist es Unser Prachtstück Hatten wir nicht mal Eine gescheite Brücke Bauen lassen? War da nicht mal was Mit Straßen Und Brücke Oder so? Da ging es wahrscheinlich Um eine andere Brücke So na jetzt bin ich ja mal gespannt Meister Vogt Du bist neu hier nicht wahr? Willkommen Ja Herr Hab Dank Herr Silvester ist mein Name Ich bin erst seit heute hier Und wollte dich so gleich aufsuchen Mir kam zu Ohren Dass du fähige Handwerker suchst Richtig? Nein Aber hängt davon ab Was du kannst Ich bin Bäcker Herr Und wenn ich das sagen darf Gewiss einer der Besten Gut Wir haben noch keinen Bäcker Dann erzähl mir mal etwas über dich In Ordnung Meister Vogt Aber nur unter einer Bedingung Was ich dir anvertraue Bleibt unter uns Bis zum jüngsten Tag Aha Wer beginnt denn so ein Gespräch? Nun du wächst meine Neugierde Aber gut Ich schwöre es auf Meine Ehre als Vogt Also schön Du bist ein Mann von Ehre Dein Urfalt Er hält dir voraus Ich will ganz offen sein Ich kenne dieses Dorf sehr gut Denn ich war bis vor kurzem noch hier Das heißt Bis du uns mit Herrn Ratzig Und seinen Männern Vertrieben hast Was du warst hier? Mit den Banditen? Ich habe ihnen nur als Koch Und Bäcker gedient Aber als ich euch kommen sah Nahm ich sofort Reißaus Ich habe niemandem etwas getan Ich brauchte Arbeit Und sie bezahlten gut Irgendwie muss man ja Sein Leben bestreiten Und zu diesen Raubeinen Sagt man besser nicht Nein Mehr muss ich nicht wissen Du bist eingestellt Top Voraussetzung Schnür lieber schnellstens dein Bündel Aha Du warst also in Wichts Bande Könnte man dich wiedererkennen? Alle die mein Gesicht kannten Wurden wohl getötet Einige von dir Herr Wenn herauskäme Dass ich einen Schurken Vor dem Gesetz verstecke Ich würde mich eher stellen Als jemanden In Schwierigkeiten zu bringen Ich will nur wieder Ein ehrliches Leben führen Ja wenn es die Wahrheit ist Hat er auch nicht wirklich Eine Wahl gehabt Ja komm was soll's Heinrich ist doch großzügig Ist schon gut Du warst ehrlich Daher vertraue ich dir Und schweige Ich nehme dich Dank Herr Du wirst es nicht bereuen Ehrenwort Haha So Silvester steht vor der Tür Ja Naja Ich hoffe er verarscht uns jetzt nicht Beschaff mir doch bitte Als erstes mal 100 Hahnenschreitränke Um zu sehen Ob du es auch wirklich Ernst meinst Oh Wer ist denn Liga Du brauchst dich nicht Um ihn zu sorgen Stark ist er wohl Und groß Ein leichtes Ziel Für Bogenschützen Du sagst dich zu viel Das war auch schon so Als er bei Präbis Lavitz gekämpft hat Doch er kam ohne Einen Kratzer heil Aber jetzt heißt es Die wollen Teilwerk belagern Und das ist was Ganz anderes Was weißt du schon Von Belagerungen Nun Nichts Wenn ich ehrlich bin Deshalb sorge ich mich ja so Gräm dich nicht Im Nu ist er wieder daheim Und gibt an wie immer Weißt du noch Wie er behauptet hat Er hätte mit einem Bären gerungen Hör bloß auf Ich hab mich eine Woche Nicht aus dem Haus getraut Weil er sich vor den Nachbarn Dermaßen zum Narren gemacht hat Oder die Mär Wie er in den Hühnerstall gefallen ist Und die alte Mutter Paar Ihn um die Schenkel gejagt hat Gut Ja Top Aber cool Dass die sogar hier im Dorf Auf die Sache In Thallenberg eingehen Das hätte ich ja nicht gedacht Wer wohnt denn hier eigentlich Sind das auch unsere Leute Ach Das sind die Leute aus Rathai Jetzt haben die hier so ein eigenes Elendsviertel gebaut Na toll Aber bitte 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 Flussabwärts Kacken gehen Bitte nicht hier oben Das hatten wir schon mal Das ist ekelhaft Entschuldigung Ist ja nur mein Dorf Na gut So Das haben wir Achso Ja Stimmt Der Rüstungsschmied Da wollte ich dann doch noch mal hinschauen Oh Mann Ständig ist hier gerade heute was im Weg Na guck mal ob der mittlerweile angekommen ist Sollte reichen So ein Tagesmarsch Gargama Klingt wie so ein Endboss Ist er das nicht? Nee Cornelius Ach nee Das hier ist ja gar nicht der Schmied Wo ist denn hier der? Ach hier Ah ok Hier waren wir tatsächlich noch nicht Hallo Heinrich Na zach Da bist du ja Gott segne dich Was kann ich für dich tun? Wie geht's denn so? Wie gefällt dir die Arbeit hier? An der Schmiede gibt's nichts auszusetzen Meister Vogt Du leistest hier sehr gute Arbeit Der Schmied aus der Stadt Ist hinter den Bruchstücken des Schwertes Ich weiß nicht aber er hat Pech Nicht einmal Nicht mal für das Gold Ja das haben wir ja schon Hatten wir direkt noch an dem Abend im Gasthaus Erledigt Hat sogar ein bisschen Geld hat er Äh wir sind denn eigentlich unsere Klamotten Ist da irgendwas kaputt? Nö Gut Ist die Ladenwache Ok So Ja super Äh das haben wir Das haben wir Scarlet dürfte auch alles gewesen sein U-Schütze U Das Dörfchen müsste man eigentlich Gerade nach der letzten Aktion von diesem Spieler Da mal wieder Müsste man Hier alles von der Landkarte tilgen Also das ist das Mindeste So Wir hätten Hier Da ist noch das andere Ach ne da waren wir ja gerade Sorry da kam ich gerade Ich meinte Ach hier ganz unten ist das Hier Irgend hier Da wird das andere Kräuterweib Oh ich weiß nicht Wegen der Scheiß Tränke Hier überall rum Reisen Oh ne Äh geht mir leider gerade So gar keine ab Mehr ho jetzt Äh Ne die haben auch nichts Wo ich noch mal welche kaufen könnte Naja komm wir reiten erstmal zurück nach Thalenberg Gucken vielleicht ist der Triebock mittlerweile fertig Glaube ich zwar nicht Ich denke mal ein zwei drei Ingame Tage wird es noch dauern Haben wir denn da eigentlich selber ein Bett In diesem Lager oder Weiß ich jetzt gar nicht Ob wir da selber so ein Zelt gestellt bekommen haben Eigentlich schon oder Es sieht schon echt ein bisschen putzig aus Wenn die alle da in ihrer Fetten geilen Rüstung rumstehen Nebeneinander Und Heinrich in seiner Schmiedeschürze nebenan Ich finde die gut Die hat auch gute Werte Davon mal abgesehen Ist nicht nur weil das ein bisschen lustig ist oder so Sondern So schlecht ist die gar nicht Was haben wir denn hier Okay Gut Ja waren wir schon mal Was haben wir denn hier Da waren wir mit Sicherheit auch schon mal Ha genau Da könnte ich nämlich an die schweren Truden An die sehr schweren noch gar nicht ran Geil Warte mal nochmal langsam mit Gefühl Ja sehr gut Cool Los Pebbles und Köter Ja go Oh vielleicht darf ich ja dann später sogar mit dem Tribok schießen Das wäre ja ein Ding Wenn man das Teil selber irgendwie steuern müsste Oder könnte oder wie auch immer Oder helfen soll das dann irgendwie in Gang zu setzen Aber vielleicht gibt es auch nur eine schöne Zwischensequenz Die einem das dann zeigt Ich bin sehr gespannt wie das dann läuft Ja wenn ich doch nur wüsste wo die das Teil bauen Also keine Ahnung ob die das hier oben im Lager bauen Oder Irgendwo ringsrum bei den anderen Lagern Ich habe ja kein Kein Questmarker mehr Irgendwo Da Wobei oder bauen die das unten beim Beim Steinbruch Ich hätte halt gerne mit Konrad nochmal geredet Ist mir schon klar dass das Ding jetzt nicht aus Stein gebaut wird Groß größtenteils vermutlich sowieso nicht Aber irgendwo müssen sie es ja errichten Ich habe gedacht man sieht das so nebenbei wo es irgendwo errichtet wird Ja Und hier unten wäre zumindest Ein bisschen Platz für so eine Angelegenheit gewesen Hm Die werden ja schon hier bauen oder Um das Teil von der Seite hier dann zu benutzen Wenn das mit Sicherheit nicht einmal ringsrum um die Burg kacheln wollen So wessen Pferd ist das hier Das ist einfach nur Pferd Okay Ja Kieser sieht man den irgendwo Ja die werden das Ding schon hier bauen Das ist hier Dachte ich mir vorhin schon Ist das hier vielleicht der Platz Jetzt eiert er hier auch rum Nur leider Hat er noch was Bis später Achso Ach doch warten geht ja Ich warte jetzt mal einen Tag Jetzt nochmal Jetzt zumindest Noch mal irgendwie nach dem anderen Bruchstück suchen Keine Ahnung wo es ist Ich habe jetzt auch keine Kommentare aus der letzten Folge glaube ich großartig gesehen Oder Nur den einen Aber da wird zumindest nichts nochmal irgendwie zu dem anderen Bruchstück Zumindest zum Zeitpunkt als ich geschaut hatte Deswegen Wenn ich da nochmal was sehe Dann holen wir uns das auf jeden Fall noch Die möchte ich nach wie vor sehr gerne zu Ende machen Und das sollte ja auch weiterhin klappen Deswegen Ich wüsste jetzt gerade sonst nicht was ich machen sollte Außer nach den Tränken irgendwo rumreiten Aber da habe ich wie gesagt überhaupt keinen Bock zu Ach guck mal Wird langsam Gott sei mit dir Heinrich Gott sei mit dir Junge Was kann ich für dich tun Machs gut Also wir geben einem schon genug Zeit da alles nochmal zu machen Ja Aber ich möchte auch wissen wie es hier weiter geht Das sieht doch gut aus Hast du was für mich Gott sei mit dir Junge Wie geht es voran Bis später Aber Kieser ist hier nicht Konrad ist nicht da Den einen hatten sehr erledigt Aber Ja Ich glaube ich kann jetzt nur warten So Wir warten jetzt einfach Können auch Schatzkarten oder irgendwas gucken Aber nö Ich möchte jetzt gerne die Hauptquests erstmal wieder weitermachen Ich möchte jetzt gerne die Hauptquests erstmal wieder weitermachen Ich möchte jetzt auch mal die Hauptquests erstmal wieder weitermachen Schau dir den Probeeinsatz des Triebocks an Da ist das Ding Das Ding ist halt jetzt so konstruiert Dass es halt auch nur hier funktioniert Mit der hoffentlich richtigen Berechnung Das ist auch der Winkel und alles stimmt Und da die Burg irgendwie trifft Aber Wär es denn so klug Das Ding auch einzusetzen Ich meine Du kannst damit ja locker auch Ich sag mal Das falsche Zimmer oder so treffen Und dann hat Herrin Stephanie So einen fiesen Stein im Gesicht Oder Papa Kann ja auch sein Oder beide Wer weiß was die beiden gerade Aber gutes Gerät Ja Schauen wir uns an Den Einsatz Der ist hier irgendwo Irgendwo Na gut Dann lasst mal sehen Wie dick diese Mauern wirklich sind Ach das war nur der erste Schuss Der Triebock muss noch reingestellt werden Das ist alles Keine Sorge Es läuft alles perfekt Die Reichweite wird sofort korrigiert Okay also es waren ja locker 100 Meter zu kurz oder so Oh Vector Aus dem Weg Verdammt Ich muss zu Herrn Divich Herr Sie kommen Es bleibt keine Zeit mehr Bringt ihm Wasser Atme Das wird schon wieder Wer kommt Eine Armee ist auf dem Weg Was Und sie trägt die Farben Huffle Medics Von Waldeck Sie sind schon sehr nah Huffle Medics Tja Der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen Dieser miese Bastard Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen Hey Welche überraschende Wendung Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet Oh oh Meine Herren Toss Verstärkung Wird uns hier sehr bald angreifen Das Schwein Wie viele Männer Wissen wir nicht Aber gewiss viele Und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen Wenn sie uns in den Rücken verhindern Sind wir erledigt Wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte Verschlagene Schlange Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus Aber dieses Mal nicht Was hast du vor? Robert Was meinst du? Wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr Wenn mich meine Gelenke nicht täuschen Dann wird es regnen Stark Wie aus Eimern Hier Hier stellen wir uns auf Ich und Ratzigs Männer Ihr wartet, bis sie uns angreifen Und fallt ihn dann in den Rücken Hier Und hier Wenn wir Erfolg haben Wird es vorbei sein Ehe man in Thallenberg Irgendetwas merkt Das könnte funktionieren Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen Falls sie doch beabsichtigen Aus der Burg zu kommen Und uns anzugreifen Mir genügen auch wenige Männer Hängt das nicht davon ab Ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal Wie viele es sind Wir werden Durchhalten Ich gebe meinen Männern die Befehle Wir werden bereit sein Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen Ich brauche dich für mehr als das Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten Sind wir erledigt Du Ich Hanusch Und Ratzig Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt Ratzig gefangen ist Und ich verwundet bin Führt Hauptmann Robert die Truppen an Wer wäre besser geeignet? Keine Frage Robert ist ein guter Kommandant Aber viele der Männer stammen aus Galitz Wir brauchen jemanden, der sie kennt Und von ihnen respektiert wird Ja Dich, Heinrich Aber Das ist Ich will in die Vorhut Hm Ich zurückhalten Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken Dass er nicht reagieren kann Gerät die Formation ins Wanken Brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt Und die Männer im Zaum hält Hm Verstanden, Herr Das wollte ich hören Wenn du bereit bist Schließ dich den Skarlitzern an Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai Alles klar Okay Ja Das ist sehr überraschend Ja Dass er jetzt von Hinterrücks noch mal so Die gesamte Belagerung saufend und würfelnd verbringen würde Irrt ihr euch gewaltig Raffelmedek kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen Und wenn es eines gibt, auf das wir in Pallenberg stolz sind Dann darauf die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen Ziegen Schweine Und jetzt zur Sache Stellt euch in der Schlucht vor der Brücke nach Rochner auf Wir lassen sie ausbluten Bluten Die haben Bock Die haben richtig Bock Okay Wo müssen wir hin? Da oben hin Alles klar Begib dich zum Schlachtfeld Sobald du bereit bist Ja Das machen wir auf jeden Fall Aber erst in der nächsten Folge Das sollte es für heute erstmal gewesen sein Vielen Dank fürs Zusehen Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020